Hallo und willkommen in unserer Anwaltskanzlei Fenderl-Dietrich. Mein Name ist Günter Fenderl, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt und ich freue mich für das Interesse an unserer Anwaltskanzlei. Meine Kanzlei habe ich 1995 gegründet und mich von vornherein auf das Verkehrsrecht spezialisiert. Wir sind vier Anwälte und Fachanwälte für Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, Strafrecht und Arbeitsrecht. Das Team umfasst mittlerweile 20 Mitarbeiter. Unser Team freut sich auf Sie und wird Ihre Angelegenheit bestmöglichst durchführen.